So, eine schnelle Session, ich muss das leider doch unterteilen, denn ich habe gerade geschaut, meine Festplatte, wir wollen ja gerade eine Session auf, das heißt, ich werde jetzt nochmal 15 Minuten machen, dann haben wir 35 und dann werden die anderen 25 Minuten, beziehungsweise ich mache jetzt nochmal eine 10 Minuten Folge, glaube ich, oder 15 Minuten, und dann wird die anderen Folgen nochmal 35 Minuten, das heißt ja, ein bisschen mehr als eine Stunde. Gut, aber wir wollten jetzt noch ein paar Blaze WhatsApp kloppen, vielleicht irgendwas anderes hier, was wir noch so finden, da, da ist ein Skelett, hi Skelett, da sind die nervigen Spinnen hier, die Arco-Wizard-Skelette. Jawohl, da haben wir einen Knochen bekommen, ne? Nice. Können wir uns vielleicht nochmal einen Herzcontainer machen? Das sieht auch geil aus, so ein Lava-Pfeil, aber der entsteht halt zufällig dadurch immer. So, komm her. Nice, was haben wir jetzt gekriegt? Knochen und gut. Ist okay. Kann ich mit leben. Ah, komm schon. Zwei Blaze WhatsApp, das ist nervt. Ich brauche da noch mehr von. Vielleicht, wenn ich immer kurz hier drüber fliege. Hm. Oh, Feuer untermarsch. Muss ich schnell wieder wechseln. Ich kriege auch nicht irgendwie mehr daraus, das ist das Problem. Ich habe was anderes mit euch vor. Ich baue euch gleich ein. Ich weiß nicht, woman- Oh. Ich brauche das. Oh. So. Das können wir nämlich hier gleich schön drin kämpfen, meine Freunde, in der Nacht. Das kommt auch viel besser. So. Wie gefällt euch eure neue Arena? Nice. So, die machen wir gleich auch noch zu. Denn der Grund ist, dann können wir nämlich hier schön unten drunter kämpfen, wo die Schweine Puckel nur spawnen sollen. Na komm. No. Dann kriege ich nämlich schneller down. Danke. So, vielleicht noch. Ah, wo bist du denn, Spawner? Dankeschön. So. Und dann können die hier, glaube ich, auch nicht drunter her oder so. Oh, die sind einfach nur zu dumm. Da darf ich auf jeden Fall nicht runter. Jetzt gehe ich drauf. Und hier muss ich mal schauen. Komm, spawnen noch welche hier. Komm schon. Nein, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. So. Jetzt können wir die Puckel noch abbauen hier. So, dann können wir gleich mehr spawnen. Komm schon. Nummer eins. Nummer zwei. Wow, wo ist der Gas? Na, Jungs, alles gut. So, jetzt werde ich euch noch die Ecken hier zumachen. Das heißt, ihr habt noch weniger Spielraum als sonst. So. Und hier werde ich alles ausleuchten. Wow, wo ist er? Na, Jungs, alles gut. Ausgetrickst. Hier machen wir jetzt einfach nur ein Loch noch rein. Und hier machen wir das gleiche. Hier machen wir einfach nur so ein Törchen rein. Und dann würde ich mal eben... So, dann könnt ihr mir nicht auf den Keks gehen. Mal eben hier einen Wegpunkt setzen. Neu. Und hier machen wir... Lohnen... Jagd hin. Das brauchen wir nur im Nähtal, nicht in der Oberwelt. Fertig. Okay. Passt. So, und hier kann ich mich noch verstecken. Haben die Schweine-Säcke hinten noch weniger Chance. So, die sollen noch ein bisschen nach vorne gerückt werden. So. Kommt jetzt. Ein paar Mütkes haben wir noch. Na, dann können die nämlich in Ruhe spawnen. Und ich habe hier eigentlich mein Feld sozusagen für mich. Das ist ganz okay. Das ist ein bisschen wie Cheaten, aber naja. Ich nutze halt meine Vorteile aus. Komm her. Sicher? Das ist nämlich schnelle Taktik da drum. Wie viele Pfeile habe ich denn noch? 16. Jawoll, jetzt spawnen hier wieder zwei. So, einmal schnell hier rumlaufen. Weil nämlich, wenn Eingang nämlich zugegeben ist, dann können natürlich die Lohnrouten da durchfliegen und die würden dann vielleicht zerstört werden. Das will ich natürlich nicht. So. Ich sag mal da, Hackfresse. Jetzt hau ab. Ich spawn noch draußen ein bisschen mehr als hier. Ja, naja. So. Uppste. Natürlich ist es ein bisschen akkrot. Geile Sache. So muss es laufen. Schnell was futtern. Hab ja eigentlich nicht nötig. Ich glaube, ne? Nice. Super Schuss. Keile Sache. So muss der Gast. Interessiert mich eigentlich gerade nicht. Nur ein roten Katschen. Nice. Na ja. 16 Stück. Wie gesagt, das geht mir eigentlich nur um die Tanks, um die Ender Chests, die ich vielleicht da ein bisschen reinmöbeln werde. Aber sonst auch eigentlich nicht. So muss der Gast. Oh. Warum sind Licht denn herbestellt? Oh, da muss ich auch was in den Pigments. Da waren Zombie-Pigments. Komm her. Jetzt hat er das nämlich hier gemacht. Was ich nicht befürchte. Genau. 18 Stück. Und Level 20. Wo bist du denn, du blöder Gast? Okay, irgendwo von da. Ich hab noch nicht gesehen. Na, müssen wir einen Moment warten hier. Na ja, keine bekommen. Kann natürlich sein, weil die durch Feuer geruscht sind. Hey, wo ist der denn? Der stinken wollte. Ich seh ihn nicht. Keine Ahnung, wo der ist. Nice. 19. Ein paar können wir noch verkloppen hier. Aber ich erreiche mal noch Level 30, damit wir noch ein bisschen was erreichen können. Da oben ist er. Okay, kann er nicht viel kaputt machen. Wie viel Jetpack habe ich noch? Ja. Du blöödes Gas. Komm her. Dann flieg mal da rein. Geh mal sterben. Uh, haha. Nein, da ist ja noch einer. Oh, schnell hier unten rein. Nee, da schau ich nicht mehr. Ist wieder ein, oder? Nee, ja. Nice. Wo ist er? Wo ist er? Komm her. Nein. Komm her. Komm her. Jawohl. Jawohl. Oh nein. Klopf, 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 klopf. An die Tür geklopft. Guten Tag. Ah, wir können noch. Ah, ein bisschen können wir noch kloppen. Oh, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Nice. Kommt noch welche? Wenn nicht, dann gehen wir jetzt zurück nach Hause erstmal. Würde ich glaube ich ja sagen. Oh, scheiß Dinger. Wir gehen erstmal zurück nach Hause. Wegpunkt, Portal, hier in Porta, teleportieren. Nice. Ist ja auch kurz hier vor der Ecke. Also ist ganz schnell gemacht. Gott. Wir sind zurück. Ich werde jetzt alle Folgen wendern. Ihr bekommt dann, nee, den ersten, bekommt alle Folgen 100. Bekommt ihr sowieso. Ich werde euch dann aber nur, ähm, wie gesagt, das halt ein bisschen zusammenschneiden. Das heißt, ihr bekommt jetzt eine 20er, eine 15er, dann kommt ihr wieder eine 15er und eine 20er Folge. Und man sollte es sich eigentlich ungefähr haben. Jetzt werden wir noch irgendwie die Welt ein bisschen laden. Hier wieder, das ist, ich weiß nicht, worum das kommt. Ich habe nicht Optifine drin. Viele sagen, das kommt durch Optifine. Machen wir Optifine weg. Habe ich dann rausgenommen. Dann hat die Welt wieder nicht geladen. Ob es jetzt am Chunkler da liegt, dass sie jetzt nicht immer lädt. Das Programm ist da. Gut. Na ja. Lassen wir mal so. Vielleicht lädt sich das nachher wieder. Gut, 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 gut. Da haben wir 22 Stück. Da können wir ja eigentlich relativ viel mit machen. Ich habe jetzt viel mit der Kettensäge gearbeitet. Ich hätte gedacht, ich arbeite jetzt mehr mit dem anderen Zeug. Aber ist ja auch egal. So, dass du noch weißen was abwehren kannst. Und da machen wir uns Ender Chests und Ender Tanks raus. Die damit verlaufen sollen. Das ist doch geil. Hast du jetzt unser... Ne, das war das andere. Das brauche ich. Dann kann nämlich das wieder rein. Pfeile können hier rein. Den Knochen können nicht behalten. Und den Rest muss ich irgendwie sortieren hier. Dann mache ich hier wieder ein Monster aus. Und ich brauche die ja hier nicht. Und tschüss. Und den Rest... Ja. Hier erstmal da rein. Das ist Monster-Tikel. Das ist Monster, das ist Monster, das kann hier rein. Und jetzt kommt auch eine andere Kiste rein. Ach, ich werde noch duselig hier. Das muss ich mittlerweile finden, dass ich hier eine Truhe finde oder sowas. Das schmeißen wir jetzt noch da hinten rein. Und dann ist eigentlich schon die Folge-Zende. Komm, das machen wir eben noch weg. Ähm, den Knochen habe ich noch nicht. Lohnrouten habe ich auch noch nicht. Aber ich habe den anderen Mist. Das habe ich, das habe ich. Das, 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 das habe ich alles. Ich weiß gar nicht, wo die Minionscherben sind. Ach, die sind da. Das ist doch geil. Ja gut. Dann würde ich sagen, wir treffen uns jetzt, sieht man es sogar beim Bett. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Mit dein, den zweiten Teil. Wie gesagt, nochmal für euch. Das ist jetzt erst 20 Minuten gewesen. Das sind jetzt ca. 15 Minuten. Und bei dem nächsten Mal kommen wieder 15 oder 20 Minuten aktiv sozusagen vier Teile von der 100-Folge. Und das ist natürlich was wert. Und sozusagen als kleines Special für euch. Bis dahin, euer Flash-Shooter-IP. Und nicht vergessen, alles ist kostenlos bei mir. Und tschüssin. Bis dahin, euer Flash-Shooter-IP. Bis dahin, euer Flash-Shooter-IP. Bis dahin, euer Flash-Shooter-IP. Vielen Dank.